Moin Moin Hallo Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fist of Jesus Wir hängen weiterhin fest in Level 39 und wollen das natürlich schaffen Was in dieser Folge was wird? Ich weiß es noch nicht Ich möchte nichts versprechen Ist das Problem mit den Gottesstrafen und so Das ist ja alles nicht so einfach Also auch alles irgendwie überleben Genau das ist das Problem Oh in Gottes Willen Das sieht gerade gar nicht so gut aus Gleich zu Beginn Nummer 1 Achso das ist ja Hatte ich ja noch Schutz davor Aber lieber Bisschen vorsichtiger sein Als am Ende dann Das Problem zu haben Aber im Endeffekt das Problem das ich Ah da hab ich die Chance vertan Da schon wieder Nee Wieder Schutz Aber langsam wieder Ein bisschen Mehr Energie Nummer 2 Warum nicht Warum nicht Nee Nein Mein nächster Schutz Ähnlich ausweichen müssen Aber Wir müssen vorsichtig das gerade nicht gerade in dem Moment dann Wenn es passiert Wenn es passiert Da wie jetzt zum Beispiel der Schutz weg ist Genau das meine ich Das wäre nicht geklappt Das wäre nicht geklappt Nein Ah jetzt sogar wieder Na Irgendwie Nein Das war knapp Aber es sieht wieder nicht gut aus Krass Krass Plötzlich ist wieder Alles wieder Zeit Und dann Dann Kommen wir nicht zu Unseren Chancen Jetzt auch mal Boah Ich brauch vor allem Eine Ne Trotzdem nicht Drei von zehn Dafür Das waren wir dann zu eng am Ende Oh Gleich zu Beginn hier Ähm Ja Da habe ich Zweimal Die aufgepasst Gleich zu Anfang Und das Sieht dann Schon ganz schlecht aus Ja Mal zwei Mal drei Ist ja alles nicht so wichtig Denn Die 40.000 Punkte Die kriege ich Eigentlich Ja Genau Ja Und dann sind sie auch mit dem Kreuz Alle mit einem Schlag Tot Oder was So So Knüppel aus dem Sack So Knüppel aus dem Sack Nee Aaaaah Komm schon Nee Nein Komm ich nicht mehr weg Da Komm ich nicht mehr weg Es ist vorbei Nicht gut Nicht gut Nicht gut Kann man da aufsparen Da die Kiste Wenn die Immer Apfel beinhaltet Oder fast immer Das kann man dann später besser gebrauchen Trennen Vor allem auch Vor allem auch Die Gottesstrafen Die eigentlich das größte Problem darstellen So So Der nächste Na Hier Den auch noch Weg 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 Wieder auffüllen Gleich Den nächsten Schutz Wieder aufbauen Das ist nochmal Die Ist das Nummer 1 oder was Punkte 2 Punkte 2 Das wird nichts heißen слова Ich bin schon wieder fast Tod Ich brauche irgendwie Essen Das wäre jetzt mal ganz super Aber hab ich nicht Krieg ich nicht Anscheinend gerade Neuer Schutz 2 von 10 gerade mal 3 von 10 So muss es laufen Aber ist es ja leider nicht immer so Nein, nein Boah, war das knapp Da ist ein Schutz Den ich natürlich mit Nein Oh Leute, was ist denn hier los Und kann nicht mehr raus hier Man, 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 man Nummer 4 Nummer 5 Jetzt nochmal 5 Das wäre es ja jetzt Und ich Das jetzt mal schaffen könnte Da ist nochmal Um auffüllen War jetzt gerade nicht Ich hoffe nicht Bei dem eingesammelten Schutz Aber egal Auch nicht Nummer 6 Haben wir in diesem Level schon mal so weit Dass wir 6 von 10 hatten Ich glaube nicht Vorsicht Nein 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 Ah Oh Gott Das geht ja Ich mach weiter Ich probier's einfach Was soll's Irgendwie Ich bin Auch wenn es nur noch 60 Sekunden sind Aber Nur noch 60 Sekunden Genau Ähm Ja, aber Ich muss es ja wenigstens versuchen Nein 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 Da Wäre die Chance gewesen Nochmal den Schutz einzusammeln Nein 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 Oh Nochmal ran da Ran da Oh nee Hau ab Scheißvieh Nein 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 Auch nicht Und das ist Alles gleich vorbei Alles ist gleich vorbei Ja 10 Sekunden Das Wird Nichts mehr Ach man Na ja 6 von 10 Ja Kann man ja auch nicht Auch nicht Ganz davon sprechen Dass es irgendwie knapp war Nur noch weit davon entfernt hier Das zu schaffen Ja Das klappt halt einfach nicht Es ist halt Wirklich Verflixt Das Gefühl Die Gottesstrafen Funktionieren hier Noch viel schlechter Noch viel schlechter als Beim vorigen Level Bei den Zombie Cowboys Oh geht weg Oh geht weg Ja genau Ja genau Lass Ja Das son Oh schon wieder Kann ich nicht nutzen Chancen Kann ich nicht nutzen Ja hau ab Du Schaf Ja Ist gut Ja Komm Ist gut Da ist Nummer 1 Nummer 2 Hier kommt niemand mehr raus So War ein bisschen Befreit Oh Mann Ja vor allem Weil ich jetzt nicht mehr rauskomme Weg Schutz Es gab auch mal Früher gab es mal dafür mal Brote Für den Schmarrn hier Aber anscheinend Gerade nicht Geh Schnetzel Schau mal 4 Warum klappt das dann Dann nicht Wenn er schon so In diesem Zustand ist Dann muss es doch auch klappen Nein Ah Mann Nochmal Weiter Mal 5 Ne Ich glaube es ist nochmal 5 Jetzt Boah ey Entweder du stirbst Oder du haust ab Aber So Ja Nicht Ne Nummer 6 Ja Brot 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 Äpfel Noch mehr Schutz Hier Ja Ja Aber wenn sie jetzt Alle davon Gleich tot sind Von dem Kreuz Dann Das bringt es mir auch nichts Ne Es ist noch nicht vorbei Es ist noch nicht vorbei ja genau ich weiß es nicht man weiß es nicht aber es die zeit wird schon wieder verdammt noch mal eng und weg aber erst noch mal sieben das ist das problem 112.000 punkte also da ist schon ordentlich abgesahnt aber bringt mir nichts wenn ich die zehn gottes strafen nicht habe aber mir ist es schon mal sieben von zehn jetzt so ja genau und ich treffe niemanden aber das bringt mir nichts aber noch erst mal eins wieso trifft er da unten wieder kein hau ab da echt komme ich nicht raus treffe keinen aber nicht so optimal haut ab auch wieder nicht auch wieder nicht es ist doch nicht wahr ist doch die sind da schon am rumtrudeln aber es hilft mir nichts ich krieg keine gottes strafe hin ist gut habe ich verstanden da so weiter konzentration bitte nein habe ich gerade von konzentration geredet und dann sechs von zehn also es plötzlich konnte ich da das immer genau treffen aber dann kommt schon leute jetzt werden das wird sie wieder zu viele das ist nicht in ordnung leute leute acht von zehn nach 100 acht neun von zehn 136 sekunden es ist doch nicht zu glauben einfach hier zum ende der folge das noch gelingen ich hoffe es doch so sehr gerade nein geht weg geht alle weg lasst mich in ruhe oh da nein das ist nicht gut das ist eigentlich nicht gut nein ich brauche sie doch ich muss sie doch nein und wieder nicht nein 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 ja 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 oh wahnsinn plötzlich ist mir gelungen genau dein das abzupassen das war vorher wie das war nicht wirklich geklappt oder ich hatte das Gefühl es klappt immer nicht oh nein es ist es geschafft es ist es geschafft du hast die daily tötet und bekam heutigen daily belohnung sehr schön guck mal was das nächste ist 50 zombies und 10.000 punkte ja schauen wir mal je nachdem wie lange die zeit ist wir werden es sehen in der nächsten folge Fist of Jesus das euch gefallen hat wie ich hier triumphiert habe gerne die Bewertung da einen Kommentar oder auch ein Abo also bis denn tschüss